Geh weg vor mir! Ja warte, ich feier schon. Ja ja, es ist okay. Ich bin irgendwie wieder gekommen von Plum. Und dann Pegel vom Mikrofon war ganz unten. Und bei TeamSpeak hat er das Mikrofon rausgeworfen. Auch schön, also wir machen hier ein Duell in der Luft. Okay, mit wem spiele ich zusammen? Mit, weiß ich gar nicht. Ricky und dem Zocker? Boah, sehr schön, da ist er weg. Okay. Jetzt kann ich nochmal hier meine ganzen Skills auspacken, die ich besitze. Ist ja nicht so viel. Boah, nein! Oh Gott! Mein ist beschädigt. Erstmal wieder auf dem Tier, die ich gerade sehe. Boah, komm, komm, komm. Zieh an da, zieh an. Boah. Oh, ich hab dazu. Oh, ich hab dazu. Ach, hier haben wir nur ein Leben. Ja, ja, genau, das ist nämlich Last Team Standing. Okay. Wer ist denn da noch hinter mir? Der Ricky. Nein, Ricky hat mich getötet. Jetzt ist nur noch eins gegen eins. Go Ricky, go Ricky. Wer lebt noch von uns? Ach, Lennart lebt noch. Komm, mach ihn fertig. Ricky. Ricky ist hier aber fest auf den Fersen. Und nochmal zwei Raketen abgefeuert. Boah, pass auf, pass auf, pass auf. Und nochmal eine Rakete und nochmal eine Rakete. Nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, da ist er schon. Ricky, 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 Ricky. Kacke. Ist der Ricky eigentlich auch ein Zuschauer? Äh, weiß nicht, nö. Ich glaube, der ist so durch Zufall. Okay. Ah, unverdient. Ach so, cool. Ich bin im Hintergrund stehen. Ja, komm gleich nochmal, ne? Fällt mir. Ja, das ist ganz cool. Klar. Ach so. Ja. Ich habe mich gerade gewundert, wer der Leonikus ist. Wiederholung. Ja, genau. Dann kann ich vielleicht auch mal mitmachen. Du warst sogar eben der Horst. Ja? Ja. Finde deine Freunde. Finde Freunde, ja, das hast du auch nötig. Ah. Du bist doch immer so nett zu mir. Ja. Ja, in der Tat. Hey, Team-Ausgewogenheit aus. War nur, dass wir in ein Team gehen. Ja, wollten wir eben. Und dann bin ich zu dir ins Team gekommen. Ja, ich habe jetzt Team-Ausgewogenheit ausgemacht. Ja, das war eben auch schon aus. Na? Ja. Ja, also ich gehe jetzt nochmal mit Julian an dein Team. Ja, ich komme dran. Ah, ich bin nicht bei ihm. Okay, ich bin jetzt bei dir. Jetzt sind gerade vier. Oh, jetzt bin ich gerade dem anderen Team beigetreten. Ne, einer muss nochmal raus da. Oh, Lennart. Ähm, geh du mal rüber und wir gehen dann da... Okay. Ja, okay, so. Ne, warte. Ja, doch. Doch, okay. Ne, komm zurück. Lennart, geh du wieder rüber. Ah. Lennart? Ne, geh du mal bitte wieder rüber. In das, äh, 2 halt. Genau, so. Wir wollten dich nicht dabei haben. Naja, ne, wir wollen ja auch Ausgeglichenheit, ne? Ah, muss ich noch beitreten. Äh, ja. Fertig mal. Bereit, bereit, bereit. Boah, ich trinke gerade voll viel. Ich auch. Ich trinke im Moment bestimmt 5-6 Liter am Tag. Ey, darum musst du auch so aufs Klo. Ja. Ja, eben. Ne, ist echt. Ich hol mir ja immer so Wasserkisten. Mhm. Aus Glasflaschen und... Also flieh ich in der Woche schon mal drei Kisten leer. Ohohoh. Okay. So, das ist meiner. Okay, Manu, ich flieg direkt hinter dir, okay? Ja, okay. Ja. Go, go. Power Ranger. Attacke. Ey, pass auf, Julian, 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 Julian. Pass auf hier. Ich hab nach hinten geguckt. Schwärmt aus. Sofort umdrehen. Sofort umdrehen. Ganz hochfliegen, Mann. Hochfliegen. Hochfliegen. Weil dann... Oh, der unser Team Kollege ist schon gestorben. Oh Gott. Oh Gott. Ah, da verfolgt mich jemand. Ja, ich verfolge... Oh nein! Oh, Ricky ey. Der hat doch irgendwie aimbot oder so. Nein! Ohohoh. Boah, scheiße. Oh, Julian, oh, Julian alleine gegen drei. Das war ja spaßig. Wieso fällt mein Triebwerk aus? Mein Triebwerk ist ausgefallen. Zieh deine... Deine Stelzen da ein. Oh, du brennst. Ja, das überlebst du nicht. Bring raus. Bring raus. Bring raus. Haha! Ja, ich würde mal einen Fallschub ziehen. Boah, hast du nicht irgendwie Raketenwerfer oder so? Wenn mich jetzt da unten so ein Auto überfahren würde... Wo ist denn die Flugbahn da, ne? Ähm... Ja. Ja, die kriegen mich nicht. Ja, klar. Ich meine, das ist jetzt auch schwer. Uh, 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 uh. Ich glaube, einer ist da auch ausgestiegen. Ja, einer ist auch draußen. Also, du musst aufpassen, einer sitzt nicht mehr im Jet. Hm? Okay, Zocker. Zocker hat Selbstmord begangen. Jetzt ist noch mal ein Jet weg. Hey, Moment. Okay, hier spawnen keine Jets nach, glaube ich. Nee, das tun sie nicht. Aber guck mal in die Halle rein. Vielleicht ist da so ein normales Flugzeug oder so. In die andere Halle, nicht in der. Ja, warte, ich verstecke mich aber kurz. Okay, Julian, da kommt niemand, da kommt niemand. Wo? Ähm, rechts von dir. Hinter dem Bus im Auto. Da ist kein Auto. Und da kommt er nämlich. Da ist ein Bus. Ja, genau, und dahinter ist er irgendwo. Hinter dem Auto ist er. Ja. Siehst du ihn? Ja. Komm, 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 komm. Er steht da immer noch. Ja, ich zieh mit der Sniper. Ja, ich seh's. Ich krieg den Sack. Ach, bist du das, Leonard? Ja. Ach so. Oh, ich schalte mal eben hier so ein paar Filter durch. Das sieht auch echt cool aus. So sind die Farben. Oh, ist fast tot. Da kommt, da, da ist Leonard, da ist Leonard. Komm, rauf da. Ist er tot? Ah. Ich hab ihn nicht getroffen, ich hab die ganze Zeit auf ihn gezielt und geschossen. Ach, schade. Ich hab keinen Hint mehr bekommen. Was war das denn? Ja, er ist ein Ding gewonnen. Leonard hackt. Kacke, ja genau, genau. Du Cheater. Und nochmal? Ja. Ja, klar. Machen wir's nochmal. Gleiche Teams, würde ich sagen. Ja. Boah, da will die jemand nicht. Wahrscheinlich ist er angepisst, dass ich so viel Skill hab. Haha, genau. Das wird's sein. Warte du. Warte du. Warte du. Ja, ich hab gedacht, wir sind heute sogar noch ein paar mehr. Weil ich halt in die FIFA Gruppe reingeschrieben hab, aber da hat mir irgendwie nur einer halt geantwortet und das war Dennis, der dann irgendwann rausgeflogen ist. Hm. Radio wieder aus. Ba, 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 ba. Ja, ich bin ready. Kleiner Tipp, ihr könnt euch auch Granatwerfer Munition kaufen. Oh, Moment. Im Dingsbildschirm. Ihr müsst einfach nur auf Granatwerfer gehen als Startwaffe und dann für 5.000 euch 20 Granatwerfer. Hab ich aber auch gerade so. Ich hätte 11.000 dabei. Ab welchem Rang hat man den überhaupt frei? So, perfekt. Ich hab die Teams. Äh, Granatwerfer. Keine Ahnung. Ja, Granatwerfer hab ich auch schon. Granatwerfer. Ja, ich tanzte mich gleich. Wir werden mich so ownen. Ey, jetzt, jetzt, äh, jetzt gibt's keine BAM, ne? Also BAM, BAM, BAM und weg sind sie. Keine BAM, BAM, BAM. Haha, genau. Keine BAM, 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 BAM. Haha, genau. Keine BAM, 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 BAM. Oh, wie wir das schon stehen. Das ist geil. Lass mich in Ruhe. Ach man. Vorderen, Rechten, nah. Ja. 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 Ich flieg jetzt mal ganz hoch. Ich flieg in die andere Richtung. Ja. Ich bin ja nicht gerade weit gefahren. Wir sind überhaupt nicht gefahren, wir fliegen. Aber man nimmt das fahren. Man nimmt das fliegen. Ja. Ja. Bist du das da? Wer ist denn das? Ach, das ist der andere. Das ist meiner. Kann der jetzt mal sterben? Wieso fällt mein Triebwerk immer aus? Keine Ahnung. Au. BAM, weg mit dir. Oh Gott. Der Zocker, der cheatet auch irgendwie. 100 pro. Der ist viel zu gut für dieses Spiel. Guck dir jetzt zu, Manu. Okay. Bin ich alleine? Ne, einer ist doch da. Nein. Boah, Ricky, geh weg! Ach nee, Ricky ist doch schon tot. Da, jetzt hab ich dich. Wie immer du bist. Boah. Der Zocker, denke ich mal. Tatsache. Boah. Boah, da ist er. Boah. Kann doch einfach in ihn reinfliegen. Ja, aber ich hab das ein bisschen versucht. Der Juni, der lebt ja auch. Werde als Märtyrer sterben. Aber du bist auch schon tot. Ja, weg mit dem Sieg. was ich nicht ich habe 4940 jetzt mal wieder was anderes das habe ich einmal gewonnen jetzt bin ich auch zufrieden da ist der abflug oder? ein schönes rennen? ne das ist kacke wir machen hier nochmal Last Team Standing oder Capture wir machen Last Team Standing hier nochmal, also Capture keine Ahnung, Capture halt wir machen Last Team Standing, das ist cool na ok dann halt Last Team Standing Mikrofon Muted Mikrofon Activated ja wie im Safe habe ich auch gerade bekommen ja, also anfangs von GTA Online war das ja überhaupt nicht wie im Safe da war alles total schnell weg einmal ausgelockt, am nächsten Tag wieder rein Bambs geht weg vor einem Tod hat man da auch irgendwie 5k abgezogen bekommen ne 5000 ja 500 ne ja ich habe mir gerade für 89.000 alle Waffen voll mit Munition gekauft hahaha wie viel bitte? 98.000 wenn ich das richtig gelesen habe da stand da Munition für alle kaufen 98.000 irgendwo bei mir sind es 13.591 wir sind sogar in einem Team Lena du hast mir eine Nachricht geschrieben ja ich weiß hi wieso schreibst du ihm eine Nachricht? keine Ahnung ne ihre Panzerung noch tack nicht vergessen Manu ja auf jeden Fall spielen wir mit dem Zocker ne wir spielen mit Leon Leon Ficks keine Ahnung Leon Ficker hat noch Haftbomben gekauft dass man die einfach auch so ein Auto sonst nehmen kann warte mal warte ich hole mir da mal eben die Panzer rum ja ich scout dich schon mal das macht der gerade ja warte ich scout hier schon mal hm ich sehe aber noch keinen ich auch nicht hm na komm du willst es doch auch hm bei mir sind hier gerade so ein paar Arbeiter die müssen auch denken was sind das für Idioten die oder was ist das für ein Idiot der hier mit einer pinken Waffe rumläuft ach das war gar kein Spieler warte nö oh ich hab nen Supergag ich hab ne Raupe ein Raupenfahrzeug cool schön dass du uns das verraten hast hm 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 ich hab ne Raupe ich hab ne Raupe warte ich hab ne Raupe Jetzt bin ich tot. Ja, hat Lars Team Standing so an sich. Ja, ich dachte, jetzt kann ich wieder mit rein, wie vorhin. Wir gucken mal Juyen zu, oder was macht der hier? Leonikus heißt er. Der hat auch ein nettes Versteck. Ah, wir gucken wieder bei Juyen zu. Ich bin um einige spannender. So, ich kann ihm vor allem auch ein bisschen helfen. Ja, das wäre nett. Das ist ein Arbeiter, ja. Kann ich, ne, Karte kann ich nicht groß machen. Da ist natürlich ein Busch im Weg. Geil. Ich fahr auf, wie perfekt. Hm. Alter, damit habt ihr die Autos zu bleiben bekommen. Ja, du kannst noch weiter nach vorne, die sind da erst hinter dem großen Tank. Nein, das ist dein Teamkollege. Okay. Und zu dem wechsel ich auch mal eben. Oh, pass auf hinter dir. Okay, Juyen, dahinter ist einer. Links von dir da, das müsste glaube ich Lennart sein. Ich wirksle noch mal eben schnell wieder zu dir. Ja, ich bin auch irgendwie hier. Lauf rum da. Wow. Kann man da nicht hoch? Ja, warte jetzt. Oh, Juyen alleine. Bist doch ganz alleine Juyen. Ganz alleine. Da kommt jemand mit dem Schaufelbanger da. Ja, sehr gut. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Da unten ist jemand. Steht auf, Juyen. Ach nee, doch nicht. Boah, du hast gewonnen. Ja. Alter, du warst eben alleine gegen drei. Schaufelbanger habe ich eine Granate reingehauen und dann kam da jemand um die Ecke und ich stand auch auf dem Rand von dem Tank und dann habe ich nur plötzlich von oben auf den Kopf geschossen. Der war wohl total verwund, wo ich war. Sehr schön. Nice. Drei Kills. Nice, man. Nochmal. Top Fun. Ja, cool. Machen wir nochmal. Oder wir können das oben Richmond Hotel Last Man Standing machen. Ähm. Da, ganz oben rechts. Ach da. Okay. Okay. Okay.